Welche Influencer und Coaches ihren Reichtum faken? Ja, spannend, auch in Thumbnail war Herr Desju. Teure Autos, spektakuläre Hotels, Luxustaschen und Uhren, egal wo man hinschaut. Es scheint, als würde jeder zweite Mensch ein Leben im Überfluss führen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum so viele Menschen ein Leben im ultimativen Wohlstand zu leben scheinen? Schauen wir mal, woran das liegt, meine Damen und Herren. Warum Business Class pflegen die neue Economy geworden ist und Louis Vuitton... Ui! Und das neue Primark? Vielleicht liegt es daran, dass dieser Wohlstand nicht immer echt ist. Reichtum auf Social Media zu faken ist heutzutage ziemlich einfach und dafür gibt es einige Möglichkeiten und Strategien. Und das Ganze ist nicht nur auf diversen Ebenen fragwürdig, sondern auch gefährlich. Denn Coaches und Mentoren nutzen den vermeintlichen Reichtum um gutgläubige Menschen... Ja, wer heute Tage noch auf irgendwelche dummen Coaches reinfällt... Digga, denkt ihr wirklich, dass jeder, der da steht und abgespeicherte, auswendig gelernte Texte vorsagt im Sinne von... Wie? Was ist Erfolg? Erfolg fängt im Kopf an. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum du das tust, was du tust? Nein! Du musst es anders machen. Bla, 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 nimm meine Eier in den Mund und halt die Fresse, okay? Wenn ich schon diese Videos sehe von diesen Leuten, die eine Million oder zwei Million haben und dann so Kurse verkaufen im Sinne von... Dass mir irgendeiner so eine Moral-Dings-Dings macht, hält. Weißt du, ich meine, dann musst du das tun. Und jetzt kauf, allein, wenn es schon darum geht, dass es stufenweise Programme gibt, was man kaufen kann und so... Nimm meine Eier in den Mund, okay? Sag diesen Leuten das. Menschen, die sich nach einem besseren Leben sehen, anzulocken, um sie dann gnadenlos abzuzocken. Wenn ihr nächstes Mal Leute auf Social Media mit fancy Karren, Luxuseinkäufen oder Privatjets seht... Wenn ihr mich seht, Digga, ich bin auch ein Faker, okay? Ich habe bis jetzt fünf T-Shirts verkauft und sechs Pullis, Digga. Und davon habe ich drei selber gekauft. Könnte das Ganze auch ganz easy gefakt sein. Glaub mir noch... Hast du ein Handy, verdienst du damit Geld? Nein, wieso nicht? Ich zeige dir ein Fünf-Schritt-Video im Monat nebenbei, 5.000 Euro verdienen kannst. Und deswegen schalte ich diese Ad, weil ich so ein erfolgreicher Dude bin. Und dann denkst du und drückst dir... Ja, ich habe ein Handy, ja, ich muss dir eigentlich kaufen. Zack. Zack, Leute, ich habe genau so einen Menschen, der sich so auf Social Media präsentiert, in der Economy Class einer Budget Airline neulich getroffen. Aber dazu kommen wir gleich. Keiner Beat. Richtig, tu einfach so lange so, bis alle um dich herum und auch du... Ist Dropshipping nicht haram, Digga? Sind wir auf TikTok, bin ich ein Hodja? Warum haram? Weil jemand auf Masse diese Produkte kauft und dann teurer verkauft? Also ist Nussrett auch haram, wenn du für Fleisch 100 Euro ausgibst, obwohl es nur 20 wert ist, Bruder? Das sind so Fragen, Bruder. Ich küsse euer Herz, Alter. Stellt das bitte nicht in meinen Chat so was. Und wenn du es hier selbst glaubst. Fake-Luxus-Influencer leben diese Lüge nämlich so lange, bis der echte Erfolg folgt. Und das Traurige daran ist, ist, dass es halt wirklich zu funktionieren scheint. Ich habe mal ein Video über die Fake-Welt von Instagram gemacht und bin dort schon auf einige krasse Beispiele eingegangen. Zum Beispiel die Bali-Fotosports, wo Leute Schlange stehen, um dann so zu tun, als wären sie in einem traumhaften Hotel mitten im Mögen... Boah, allein im Dschungel. Dropshake-Welt ist haram, wenn man mehr als 300% Profit ist, okay? Naja, komm, lassen wir die Diskussion sein. Ich sage so, wie es ist, ich kenne auch sehr viele Leute, die solche Posts machen, einen auf reich machen oder einen Produkt schöner aussehen zu lassen. Ach, Bruder, es gibt so viele Versager da draußen. Aber ich gehe trotzdem nicht so weit, dass ich dann die Leaker oder Fick... Weißt du, wie ich meine? Ich mache es einfach nicht, weil ich denke an mein Boot. Ich versuche niemandem, das Boot wegzunehmen. Wer so dumm ist und auf solche Trottel reinfällt, sei aber schuld, Bruder. ...Privat-Chat oder First Class fliegen und dann in der Economy gesichtet wurden. Fun-Fuck-Fact, by the way. Damals habe ich von einem Fotostudio in L.A. berichtet, was man für ca. 50 Euro die Stunde... Haha, ja, okay, für Shootings und so. Kommt ja cool. ...kann, um dann so zu tun, als würde man in einem Privat-Chat fliegen. Und genau sowas gibt es mittlerweile sogar in Deutschland, Leute. Ja, ja, Bruder, man kann ja auch so Shoots machen. Zum Beispiel jemand macht für Klamotten, als ob diese Lounges gemacht, also diese Shooting-Dinger so gemacht worden sind, damit jeder sich ein Business daraus machen kann, um auf Instagram-Dings rüberzukommen. Das ist doch Schwachsinn, Bruder. Und zwar in einer dieser Insta-Fotomuseen in Köln haben die ein ziemlich realistisch aussehendes Privat-Chat-Studio hingebaut. Und in China hat man aus dem Reichtum-Faken auf Social Media sogar eine eigene Industrie für sich gemacht. Leute, ungelogen, das ist echt einfach so smart, dieses dumme Bedürfnis von Menschen einfach auszunutzen, um ein Business daraus zu machen. Ich wünschte, ich wäre draufgekommen. In einem Artikel in der Vice wird darüber berichtet, wie man für 6-1, also umgerechnet schlappe 90 Cent, sich den Reichtum auf Social Media ganz easy erkaufen kann. Und zwar gibt es Plattformen, wo man sein Voice-Over über ein Ego-Perspektiv-Video hinzufügen kann. Wow, Alter. Das ist auch krass, oder? Ich meine, ich wurde ja auch heute Psychopathin verarscht. So ist es nicht. Aber das ist schon krass, Bruder. Also jemanden zu verarschen ist das eine, aber damit noch Geld zu verdienen ist ein bisschen anders. Und zack, boom, schon hast du einen Stapel voll mit Banknoten, ein Lambo, jettest nach Dubai, fliegst im Helikopter... Walla, stark! ...und am teuersten Hotel der Welt. Walla! Sieht auch krass aus und so, ne? ...Wert Geld auf. Also man sucht sich einfach... Hochgeld, Ninja, lass mich in Ruhe. Es gibt dafür Webseiten mit über 2000 Videos, aus denen man auswählen kann. Wow, krass! Schickt dann die eigene Audioaufnahme zu und in nicht mal einer Minute kriegst du dein Flex-Video zugeschickt. Krass! Und die ganze Seiten würde es nicht geben, wenn es nicht die Nachfrage dazu geben würde. Das heißt, das machen halt wirklich Leute. Heftig, oder? Auch seine Luxuseinkäufe kann man mega easy faken. Ich habe neulich einer dieser Successful Dubai Entrepreneurs zufällig kennengelernt. Also in der Economy Class einer Budget Airline. Und er hat einfach ein Bild mit seiner Jungs-Truppe vor einem Privatjet gepostet, wo jeder einzelne von denen entweder eine Louis Vuitton oder Dior-Tüte in der Hand hatte. Alle natürlich auch von oben bis unten gekleidet in Marken. Und ich sage es euch Leute, also meine persönliche Einschätzung, ja, weil die Tüten sahen alles andere als neu aus. Ihr wollt auch mit super vielen Louis Vuitton und Dior-Tüten abgelichtet werden. Dann nimm mein Ei in den Mund! Easy. Einfach gebrauchte Luxus-Designer-Tüten und Boxen auf... Wallah, was für Versager, Alter, ey, das ist so peinlich. Das ist so peinlich, Bruder. Eilten wie Ebay und Co. kauft. Aber ich glaube, bei mir würden Leute auch so Sachen schreiben, weil ich habe ja ein gutes Image. Ich habe ja noch nie gelogen. Also das, was ich habe, gehört auch mir und so. Aber jetzt schau ich mal vor, ich würde so ein Bildposten von dem Chat, alle mitschreiben, ja, marschallah, habe ich und so. Wallah, würde auch so sein. Da kriegt ihr ne Louis Vuitton-Tüte und Box für so drei... John hat zuletzt in meiner Story keine Louis Vuitton-Tüte? Nee, ich hatte eine Gucci-Tüte. Habe für meine Mutter und meine kleine Schwester eine Tasche gekauft. Weiß nicht Euro ungefähr. Das Ganze part ihr dann einfach noch mit ein paar Fake-Klamotten. Ich meine, alleine hier vor meiner Straße auf Bali ist jede erdenkliche Marke irgendwie dabei. Und schon könnt ihr euren nächsten Einkauf auf Social Media etwas üppiger gestalten. Auch echte Sachen könnt ihr für eure Social Media Posts benutzen. Denn viele Luxus-Brands haben davon berichtet, wie vermehrt Influencer Sachen nach ein paar Tagen wieder zurückgegeben haben. Also easy, die kaufen die Sachen, machen Fotos, Videos, was auch immer damit und geben es dann einfach wieder zurück. Und sogar die Location faken. Digga, du bist kein besserer Mensch, wenn du Marken-Sachen trägst. Klar, wenn du irgendwann sehr viel Geld verdienst. Dann kannst du dir zwischendurch was gönnen, Bruder. Aber darauf sich zu profilieren, Digga, ich werde Menschen nicht verstehen, die Sachen zu kaufen, um damit so zu zeigen, ich bin was Besseres. Oder wenn du einen Marken-Schnitt an hast oder so. Bruder, schaut mich an. Ich bin doch auch ein erfolgreicher Dude. Alhamdulillah. Wer weiß, irgendwann geht es vielleicht zu Ende und dann bin ich wieder... Bin dann nicht mehr so erfolgreich, sagen wir mal. Könnte ich jetzt nicht ganze Zeit mit Gucci und Louis Vuitton-Sachen rum hier sitzen? Bruder, dieses Basic-Tüte kostet 6 Euro. Wen juckt's, Bruder? Versuch zu glänzen mit deiner Sprache, mit deiner Gestik, mit deiner Persönlichkeit. Menschen, die dich geil finden aufgrund deines materialistischen Dingen. Verstehst du? Und damit meine ich jetzt kein Auto. So wegen Marken nichts. Das sind in meinen Augen auch Versager, Bruder. Jemand, der das Oberflächliche anhand Klamotten misst, Bruder. Das ist ein Versager, aber so funktioniert die Welt. Deswegen gibt es so viele Fake-Klamotten, deswegen gibt es das und das. Kauft Sachen, die ihr cool findet, die cool aussehen. Spar nicht für einen hässlichen Schuh von Balenciaga für 1000 Euro. Das ist Schwachsinn, Bruder. Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Kann sich lohnen. In einem Video sieht man, wie mehrere weibliche Streamer einfach unter einer Brücke eines wohlhabenden Bezirks in China sitzen und von dort aus streamen. Sie erhoffen sich nämlich so, durch den lokalen Algorithmus höhere Spenden zu bekommen. Guck mal, die Leute haben da auch sogar ein Business gemacht, ja? Wow. Aber das ist noch nichts im Vergleich zu, was ein Blogger... Gucci, Prada, Balenciaga, Rolex, alles Billigware. Team Rolex, Bruder. Ach, komm, wir gehen gar nicht in die Debatte ein. Scheiß drauf, Bruder. Scheiß drauf. ...über eine Gruppe von erfolgreichen Luxus-Influencern herausfand. Ich habe in meinem Video zur Fake-Welt von Instagram, ja, von Telegram-Gruppen von Influencern aus Deutschland berichtet, die gegenseitig ihr Engagement faken, indem sie den ganzen Tag sich gegenseitig Kommentare und Likes hinterlassen. By the way, Leute, richtig traurig, wer das macht. Richtig, richtig traurig. Versager, Bruder, ihr seid Versager. Ich habe mal eine Frage an euch, Shit, okay? Lass uns mal kurz darüber debatieren, bevor wir darauf reagieren. Habt ihr Freunde in eurem Freundeskreis, die Fake-Abos haben auf Instagram? Sag mal bitte. Digga, es gibt so Leute, die mir schreiben, die haben so 100.000 Follower und schreiben mir, weil sie denken so, die sind dann bekannt oder ich sehe sie dann mehr in meinen Nachrichten oder gehe auf sie ein. Bruder, wer bist du, dass 100.000 Follower ist? Guck mal, ihr habt das, okay? Es gibt wirklich Menschen, die sich schämen, wenn sie unter 1.000 Follower haben. Und es gibt auch Mädchen, die sich krass fühlen, wenn sie über 10.000 Follower haben. Ich mache diese Frauen zu sch***en, offiziell, Bruder. Weil diese Menschen, die sich an Followern profilieren, die lassen sich ja dann von mir drücken, von einem kleinen fetten Türken, Bruder. Weißt du, was ich meine? Menschen messen Menschen anhand der Follower. Und das ist so hohl. Ob jemand mehr Follower oder weniger hat, ist doch scheißegal. Es ist scheißegal, Bruder. Das ist geisteskrank. Imagine, du steuerst dein Verhalten oder deine Art und Weise oder als Frau so freizügig, weil du weißt, dass du damit Follower generierst. Bruder, ich würde es so ekelhaft finden, dass fremde Männer meine Bilder liken, weil ich ein bisschen Ausschnitt zeige. Und damit möchte ich keine Frauen hier angreifen. Auch ich like voll auch bei Frauen, weil Frauen sind nun mal schön. Frauen sind die schönsten Wesen auf diesem Planeten, okay? Aber verkauf nicht deinen Wert, verstehst du? Sei privat, sei freizügig. Aber, Bruder, ist das nicht ekelhaft, wenn Männer da ganze Zeit durchswipen, liken, dir schreiben und sowas? Denk mal ein bisschen darüber nach. Da sind viele Mails, mit denen ich auch so schreibe, die so sind so. Weiß ich meine. Aber so, wenn man wirklich tiefgründig da rangeht, für was, Bruder? Für was? Traurig. Und leider sind das viel zu viele. Nun kommt aber die erweiterte Version davon, und zwar in Bezug auf Reichtum statt Engagement-Faken. Das ist nämlich genau das, was Luxus-Influencer aus China gemacht haben. Und zwar gibt es diese Gruppe an Luxus-Influencern, die online richtig reich rüberkommen. Ein Blogger ist dann getarnt als Mitglied dieser WeChat-Gruppe, also sowas wie WhatsApp, beigetreten und hat dann herausgefunden, dass sie in Wirklichkeit gar nicht reich sind, sondern nach Möglichkeiten suchen, um reich zu erscheinen. Und zwar, indem sie die Kosten für Luxus-Produkte untereinander teilen. Zum Beispiel haben sie ein Zwei-Bett-Zimmer im Bulgari-Hotel in Shanghai gebucht, und zwar zu 40. Ja. Wow, Bruder. Krass, oder? Also ich habe jetzt schon, glaube ich, 800 Mal krass gesagt, aber das ist wirklich krass. Ich habe ja schon eine Mail gesehen, und ich kenne ja sehr viele Versager. In Deutschland, Bruder, sind auch so viele Influencer, die ich in Dubai getroffen habe. Ich und Ozan waren in einem Hotel, okay? Und ihr kennt diese Influencer. Das sind so Leute, die bei diesen Boxkämpfen und sowas mitmachen. Ey, Bruder, die verlinken ein Hotel. Five, Five, Jumaira und so, sind aber in unserem Hotel im Pool, Bruder, gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist peinlich, Bruder. Bruder, wenn du das Geld nicht hast, scheiß doch drauf, Bruder. Es gibt Leute, die das auch Spaß machen, ne? Zum Beispiel, du willst irgendwo schön essen, du schreibst Istanbul. Auch witzig. Aber es gibt auch Leute, die es ernst meinen. Weißt du, was ich meine? 40 Leute haben gemeinsam dieses eine Hotelzimmer bezahlt. Also eins muss man ihnen lassen, das ist schon echt schlau von denen. Er ist wirklich schlau. Und dass es solche Gruppen überall auf der Welt gibt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ihr seht, die Möglichkeiten, sein Reichtum zu faken, ist sehr vielfältig. Und sein Reichtum auf Social Media zu faken, weil man ein geringes Selbstwertgefühl hat, sich vor der Welt profitieren. Es ist mit Hartkulissen, du postest in New York City Times Square. Das hat noch nie jemand gemacht, Digga. Noch nie hat das jemand gemacht. Ich küss dein Herz. ...wilieren musst oder so auf ein besseres Leben hofft, ist eine Sache. Das zu fälschen, um daraus ein ganzes Businessmodell zu machen und Menschen mit ihren Träumen auszunut... Bruder, weil sowas liegt einfach, gönn denen nicht. Warum? Warum soll ich das machen? Warum willst du, dass ich das liege und vielleicht einen Streit damit provoziere? Sind doch trotzdem Versager. Was habe ich davon, jetzt ihnen zu lieken? Scheiß auf den Hund. ...um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist jedoch etwas anderes. Ah, wir müssen erwachsen werden, mein kleiner Bruder. Auf Social Media ist nicht nur jeder Zweite irgendwie super reich, sondern auch jeder Zweite in seiner Bio CEO, Entrepreneur, CFO, Co-Founder und Founder natürlich. Damit man seinem... Oh, hier ist ein langer Text. Bruder, das hat was mit einem psychologischen Konzept zu tun, dass du eher Menschen folgst, die schon Anhänger haben. Wir sind Menschen, die Leuten folgen und desto mehr Anhänger ein Mensch hat, desto eher schließt man sich dem an. Zum Beispiel hast du gerade 1700 Zuschauer, stimmt gar nicht, ich habe 1500. Und man wird eher deine Meinung annehmen und vortragen, als die von einem Laso mit 100 Zuschauern. Und da ist die Message egal. Ach nee, Bruder, ich verstehe, was du mir sagen willst, aber die Zuschauerzahl bringt einen Menschen nicht dazu, zu sagen, okay, der hat recht oder nicht recht. Es kommt ja auch darauf an, wie lange dieser Mensch am Start ist, verstehst du? Wie viele Jahre, was hat er für ein Image? Dann folge ich jemandem. Es kann ja auch jemand viele Follower haben und der größte Trottel sein, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das kann man nicht vergleichen, Bruder. Nur wenn ich A sage, sagt ja nicht alle auch A. Vor allem nicht meine Community, Bruder. Hier sind sehr viele Leute, die immer gegen mich sprechen und ihre Meinung dann in den YouTube-Kommentaren äußern. Machen sie aber hier nicht, weil hier keine Demokratie herrscht, Bruder. Ich banne hier die Leute, weißt du, was ich meine? Die Leute werden schon ein bisschen reifer und so. Es ist, wie es ist. Aber lasst euch von Followern nicht blenden. CEO-Lifestyle auch gerecht wird, muss der angebliche Erfolg natürlich auch auf Social Media präsentiert werden. Aber genau dieser Erfolg und Reichtum ist halt mehr sein als Schein, da die meisten halt nicht diese Elon Musk sind, wie sie sind. Guck mal, die Leute schreiben CEO, Founder, Dings rein. Bruder, ich habe zwei erfolgreiche Marken gehabt und so viele Dings. Und es hat mich noch nie gejuckt, ob in meinem Bio CEO steht. Bruder, in meinen Augen, der jemand so flex damit... Ich fühle das einfach, das ist kein Flex für mich, Bruder. Das ist kein Flex. CEO, mein Ei, Amunakö, von meinem Ei. ...in der Bio schreiben. Dieser Reichtum und Erfolg dient dann als Köder, um ihren Opfern ihre Mentoring-Programme zum Beispiel zu verkaufen. CEO, glatt weg. Nee. Denn wenn der reiche Mann mit der Rolex und dem Rolls-Royce dir sagt, wie man Kohle macht, dann schenkt man ihm natürlich erstmal... Oh, 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 na, aufhör, ach, seien zwei, Liga. ...glauben. Und dabei ist das Verkaufen dieser Mentoring-Programme und das Verarschen von Leuten dann das eigentliche Business. Es gibt übrigens eine Instagram-Seite namens Ballerbusters, die genau diese Menschen exposed. Darunter sind auch voll viele Typen, die laut Ballerbusters sogar Forbes-Magazin-Cover gefakt haben. Und wenn man sich diese ganzen Magazin-Cover, auf denen sie alle angeblich drauf sind, genauer anschaut, sieht man auch, dass es ziemlich schlecht gephotoshoppt aussieht. Also meiner Meinung nach. Das ist natürlich alles Spekulation. Und die einzigen, die durch diese Mentoring-Programme und Kurse und Masterclasses reich werden, sind sie selbst. Das Prinzip dahinter, schnell reich werden, indem man Leuten sagt, wie man schnell reich wird. Eine Ehre, Digger. Einfach ging es nie. Und statt den Leuten ernsthaft zu helfen, werden so viele Kurse und Coachings verkauft, bis ihre Opfer sich diese Kurse nicht mehr leisten können und aus ihnen das maximale Kapital geholt wurde. Gegen einen habe ich ja geschossen gehabt und der hat mir direkt eine Abmahnung geschickt, ne? Sein Anwalt wollte von mir wirklich 8.000 Euro haben. 8.000 Euro, weil ich ihm im Stream gesagt habe, dass er ein Scammer ist. Und er ist ein Scammer. Da er aber zu den Zeiten mehr Geld hatte als ich, wollte ich einfach diese Anwaltskosten nicht tragen. Mein Ei in deinem Mund. Und irgendwann werde ich ihn sehen, Digger. Und dann ist Zahltag, mein Freund. Ich kannte deutsche Influencer, die sehr akzeptiert werden und als Inspiring rüberkommen, die aber meiner Meinung nach genau mit solchen Strategien arbeiten. Nämlich, sie verkaufen euch den Traum und bieten dafür teure Kurse an, damit ihr auch so ein Leben führen könnt. Einer von ihnen war nämlich der Mentor eines Bekannten von mir und hat ihn einfach jahrelang in einem Multi-Level-Marketing-System, was meiner Meinung nach ein verstecktes Pyramidensystem ist, eingelullt. Aber zum Multi-Level-Marketing kommen wir gleich nochmal. Das Schlimme ist, dass solche Systeme ihre Opfer sowohl finanziell als auch emotional förmlich aussaugen. Denn wenn man sich darüber bewusst ist, wie viel Geld man aus dem Fenster rausgeschmissen hat, will man sich nicht eingestehen, dass alles umsonst war. Und dann hat man, genau wie beim Glücksspiel, immer die Hoffnung, doch noch das große loszuziehen und alles zurückzubekommen. Mit Strategien wie, wenn du versagst, dann liegt das an dir, an deinem Mindset, dann bist du zu schwach, dann arbeitest du nicht genug, wird suggeriert, dass es kein Fehler im System ist, sondern an dir. Dazu kommt oft immer dieses Versprechen, in kürzester Zeit einen Haufen Geld zu verdienen. Das gern benutzte Zauberwort, was viele von ihnen dauerhaft benutzen, ist passives Einkommen. Also Geld einfach für sich arbeiten. Würde 8k dir jetzt schaden? Bruder, es ist egal, ob mir etwas wirtschaftlich schadet oder nicht. Diese 8.000, wenn ich sie verlieren würde, damit könnte sich meine Mutter oder meine kleine Schwester auch was kaufen. 8.000 Euro ist sehr viel Geld. Warum soll man es irgendeinem Versager in seinen Hals stecken, wenn er dieser Anwalt scheiße jahrelang durchzieht? Diesen Stress tue ich mir nicht an, verstehst du? Arbeiten zu lassen. Böhmermann hat vor kurzem mein Video zu sowas veröffentlicht mit folgendem Dude, der ziemlich viel Geld in kürzester Zeit zu versprechen scheint. Begeht man aber den Fehler und lässt sich auf so ein verlockendes Angebot ein, merkt man schnell, in was für einem System man sich eigentlich befindet. Böhmermanns Team fand nämlich heraus, im 3.570-Euro-Coaching wird einem vor allem beigebracht, wie man das 3.570-Euro-Coaching an andere Leute verkauft. So, soviel zu diesen Mentoring-Programmen. Und beim Multi-Level-Marketing oder auch Network-Marketing genannt zum Beispiel, entsteht das verlockende passive Einkommen, indem du zum Beispiel 5 Leute anwirbst, die unter dir arbeiten, die wiederum jeweils 5 Leute finden, die unter denen arbeiten. Und an den allen, die drunter sind, verdienst du dazu. Und so hat man immer mehr unter sich bis... Und so ist die Masche von den meisten Leuten, die in auch in Dubai wohnen und so, Bruder. Wie kann man so Nacht schlafen? Ja ganz normal, wenn man nicht an Gott glaubt. Weißt du, ich meine? So ist das. Aber das ist ja so, wie sie oft immer gerne sagen, eben kein... Würdest du in Aktien investieren? Erst, wenn du Aktien richtig schreibst. Dann überlege ich darüber. ...Pyramiden- oder Schneeballsystem. Denn das ist ja eigentlich illegal. Und daher scheinen sie das Gesetz geschickt zu umgehen, indem noch ein Produkt oder Kryptosystem oder whatever dazu verkauft wird. Und schon zählt es rechtlich nicht mehr zum Pyramidensystem. Dabei ist das Produkt, so wie ich das empfinde, immer zweitrangig. Und stattdessen, dass Leute anwerben, die daraus eine selbstständige Tätigkeit machen wollen, das, was dir das eigentliche Geld verschaffen soll. Das Problem bei solchen Systemen, wenn jeder davon jeweils sechs Leute anwirbt, dann hätte man nach 13 Stufen schon mehr als die komplette Weltbevölkerung damit erreicht. Deswegen funktioniert dieses System nicht auf Dauer und bricht irgendwann zusammen. Profitieren tun nur die, die an der Spitze der Pyramide sind. Und sie nutzen meiner Meinung nach die Träume und Verzweiflung der Menschen auf ekligste Art und Weise aus. Bei Multi-Level-Marketing-Unternehmen wie LuLaRoe werden die Mentoren sogar dazu aufgefordert, ihren Reichtum zu präsentieren, damit eben neue Leute angelockt werden. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs oder in dem Fall der Pyramide. Sie wissen ganz genau, wie sie Social Media nutzen müssen, um Menschen, die für so einen Traum alles versuchen würden, auszunutzen. Und das allgemeine Problem von unserem Streben nach solchen Dingen ist vor allem, da sich auf Social Media gefühlt jeder zweite irgendwie Business Class leisten kann, entsteht eine Normalisierung von Luxus. Denn niemand zeigt sich in der Economy. Dabei ist die Economy nun mal die, die die meisten fliegen. Und durch diese Normalisierung von Luxus hat man gleichzeitig den Zwang, mithalten zu müssen. Mithalten mit etwas, was eigentlich nicht der Norm entspricht. Schau, aber mithalten ist ja auch irgendwo gut. Das motiviert ja auch einen Menschen, dass man es schaffen will, dahin zu kommen. Dann wirst du kreativer, dann bist du auch vielleicht, ja, motivierter, um zu arbeiten. Das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, weißt du? Die Frage ist aber, für was du es machst. Entweder mithalten oder dass du es schaffst, verstehst du? Denn das ist auch etwas, worauf du stolz sein kannst. Du bist kein besserer Mensch, wenn du im Business liegst, Bruder. Aber allein, dass du schaffst, dich das so zu erarbeiten, dass du dann auch mal da sitzen kannst, um zu wissen, wie es ist, Bruder. Das ist dann das coole Gefühl. Aber da sind halt Leute, die es selbst wertgefühlt damit zu pushen. Und so einer bin ich zum Beispiel nicht, Digga. Und mit gefakten Reichtum machen wir das Ganze nur noch viel. Flex mit etwas. Also Flexen generell ist nicht cool. Aber wenn du für etwas hart gearbeitet hast, Flex mit etwas, aber nicht dieses Arroganter. Du kannst ja stolz drauf sein, aber das ist so reingeschissen. Viel schlimmer. Es gibt übrigens eine Art Teil 2 zu diesem Video, was auf diese Thematik hier aufbaut. Deswegen vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Cool, freue ich mich drauf. War ein gutes Video. Ich bin gespannt. Wenn ihr wollt, dass ihr auf den zweiten Teil reagieren sollt, dann gar nichts. Denn ich bin ein Versager und mache sowieso diese Reaktion. Ihr müsst meine Arbeit nicht schätzen. Danke fürs Einschalten.